Herzlich Willkommen zurück. Ja, Link guckt in die Ecke, weil er sich schämt. Ähm, Mann, was hab ich denn für einen behinderten Spieler hier? Der Spaß macht ja alles falsch. Ah! Oh Mann Link, tut mir leid. So. Tja, ich lenke nach links und er zieht nach rechts. Oh, schon wieder. Ich... Ich kann nichts dafür. Wirklich. Ey, wie soll man denn so durchspielen? Das geht doch mal gar nicht. Der zieht alles nach rechts? Was ist das denn? Oh, 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 oh. Link, Mann. Du musst noch viel lernen. Boah, voll in den Pilz reingesmatcht. Achso, ja, ja, ja. Jetzt kann ich ja diese... Scheiße. Nee, müssen wir es nicht mehr abfacken. Natürlich hat der Drache den Wald gespült. Damit sind auch diese hängenden Dinger hier weggegangen. Hm, voll in den Pilz, Mann. Link, hör jetzt auf. Äh, tu die ganzen Pilze-Headbutton. Boi, oi, oi. Äh, steht auch auf diese wabbligen, runden... ...Pilze, wollte ich sagen. Pervers, Link. Oh, wow. Das hat mal funktioniert, das, was ich wollte. Viel zu faul. Ups. So. So. Wenn ich jetzt das Bienen jetzt so anvisiert damit, dann hole ich das ja direkt zu mir. Aber nee, ich glaube, es fällt da nur runter. So, ihr lasst mich in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe deal. Oh. Cool. Direkt das Nächste. Äh. Come on. Verkackt. Wichser. Arschloch. Hurensohn. Fick dich. Bastard. Spast. Fettsack. Wechser. Fresser. Knoten. Kopf. So, alles gebracht. Alter, wenn die mich jetzt... Das macht so einen Spaß. Wuhu. Ich bin nicht mehr zu halten vor Laune. Ich soll da aufhören. Krass. Ich schüttere mich, schüttere mich vorbei. Schwimmen. Dabei wasser die Lunge. Dööööö. Sie sind gestorben. Toll. Nur weil der gucken muss, was neben Kastner ist. Noch so eine Wasserschnecke in die Nase kommen. Nein. Ich kann ja da schon hoch. Pilze. Überall Pilze. Ich wollte vor allem den Anlauf nehmen. Und er einfach nur ganz normal... Ja. Ja, das war jetzt nicht so... Jetzt ist es nicht mehr witzig. Link. Jetzt ist es echt nicht mehr lustig. Okay. Willst du Stress? Komm. Komm da raus und ich prügel mich mit dir. Oh. Und ohne den Pilz zu hitten. Arschloch. Äh. Toller Link und so. Arsch. casar. DümDümDümDümDümDümDümDümDüm. Ja. Von hier ist es besser. Hopp. Hopp. Und zack. Saak. Bam. In der Baumkrone verhakt. Aaagh. Eins ist hier noch, ne? Ja. Das sonnees Letzte hier. In dem Gebiet zumindest. ist. Hol ich auch noch. Wir haben hier genug Freuzeit, boah. Boah, ey. Du krabbelst, bist du verreckst, du Wurm. Oh, irgendwas Böses war da. Achso, die Scheißkack, Dinger. Ja, ja, lass mich mal schön in Ruhe hier. Mann! Ich hab die Miete nicht gekla... Oh. 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 Dafür töte ich gerne. Warum ist der Rott so selten? Im Ernst. Jedes Mal, wenn ich durchspiele, was ist das, was mir fehlt? Genau. Monsterklau und Heu. Wüstengras. Manchmal auch die Äonenblumen, aber... Oh Gott, später kommt die Stelle, wo die Sau oft ist. In Anführungszeichen, Sau oft. Also, für die durchschnittliche Zahl des Vorkommens ist das dann sehr oft. Oh, wenn ein Tausend... Oh, zu viele! Kann sie nicht alle tragen! Aber bei 99 ist ja eh Ende. Ja. Hauptsache 99 Bienen mit sich rumschleppen, ja. Strampel, 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 strampel. Oh! Mann, Alter, was... Er kam nicht über diese kleine Ecke. So, Link. Jetzt nicht nochmal so feilen. Ja, von außen sieht es nicht so witzig aus. Oh, Mann. Äh, hier. So viel Platz rundherum und in den Pilz. Was hat er mit diesen Pilzen? Äh, äh. So, nochmal zu eben. Das ist nicht so witzig, wenn man das so von außen sieht, aber ich habe voll Anlauf genommen und wollte jetzt richtig der Hose-Grain. Und der... Äh, taucht einfach nur auf. Oh. Oh. Blauer Vogel. Für blaue Vogelfeder. But not today. Wenigstens die Musik kann einen entspannen, wenn man ein bisschen angespannt ist. Hahaha. Das war die andere Seite, ne? Also... Ja, genau. Die andere Seite. Äh, äh. Äh, äh. Das kackt total ab. Ich will nicht da festschrauben. Ich will nicht außen rauben. Oh. Erstmal, ich bin so wütend. Ich hole meinen Bogen raus. Ich wollte gerade sagen, wo ein Willen ist, ist auch ein Weg. Aber was ist das? Flettere ich eben? Ist mir auch ganz recht. Nein. Arschloffi. Hahaha. Oh, zu lange in den Bogen. Oh gut, die machen wir nichts. Oh man, das wird gleich... Ja, gerade noch so eine Kurve gekriegt. Das wird jetzt schön, wieder genau da bei dem Herzteil zu landen. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Weg gibt. Wenn ja und er ist viel einfacher. Es ist mir egal. Ich mach's so. Und zwar 50 Mal da hinfallen, bis ich's hab. Hab ich Herzteil gesagt? Hab ich gar nicht mit mir gekommen. Falls ich Herzteil gesagt hab, ich mein natürlich... göttliche Kiste, ne? Hä? The fuck? Ja, im Floria-See ist dann noch was. Ich weiß, aber... Das mein ich jetzt nicht, sondern... Direkt unter mir hier. Ja, genau, Link. Hm. Ich kann ja nicht nach unten gucken. Boah, der dicke... Das müsste doch direkt hier sein, irgendwo. Ach, das ist... Hier. Da. Äh, paar Meter kann ich doch gehen, glaube ich. Hm. Hm, hm, hm. Vielleicht auch... Ich guck grad mal. Ne, von hier nicht, ne? Fluchstramm. Nix tolles. Vielleicht sogar von ganz um. Dass das so passt. Falls ihr wisst, was ich meine. Oh. Muss haben. Muss. Hab. Ben. Meins. Oh, ich brauche euch, obwohl ihr so oft seid. Wie links, ich freut. Oh, ihr klingt wie ein Schulmädchen. Ist das süß. Hm. Ja, auch. Oh, der Arme liegt auf dem Boden. Ich kann mich nicht umdrehen. Äh, zu wenig Arme, obwohl ich sechs Stück hab. War das nicht hier? Nein. Hä? Hier ist das. Ach, das... Try not to get angry. Mann, wenn ich wüsste, wo das ist. Hier. Jetzt mach ich mir mal so eine scheiß Säule dahin. Jetzt reicht's mir. Wo komm ich hin, wenn ich hier runtergehe? Oh! Oh! Ist das hier ist hier. Ja, dann komm ich nochmal hoch. Mit der Lichtsäule müsste es doch eigentlich möglich sein, da er ja genau für sowas da ist, um zu markieren. Bla, bla, bla. Maseloses Gelaber. Immer weiter. Halt die Schnauze. Okay. Äh. Und es erscheint ein blaues Licht. Ähm. Blaues Licht da ist. Ah, hier. Ja. Schön. Herabhängen. Das ist doch... Ist ja perfekt. Genau das wollte ich. Ah, guck mal da. Da drüben will ich nämlich hin. Wisst du. Und dann kann ich da drüber... Balancieren. Weißt du. Und dann ist alles schön. Hoffe ich zumindest. Oder ich muss eine Stufe runter. So. Erstmal kurz hochziehen. Den Wegbärchen. Jo. Ihr stellt eine Gefahr nach Ihres Stern. Oh ja. Wunderschön. 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 Vorsichtig hinabhängen. Gut. Genau die Sicht will ich. Oh mein Gott. Wenn das jetzt nicht klappt. Du. Du bist ein Feind. Die scheißen an mir auf den Kopf. Oh man. Oh man. Ich trau mich nicht. Oh Gott. Sei. Dank. Danke. Jetzt müsste ich runterfallen. Ich hätte es verdient. Ah. Guck mal. Die blaue Lichtsäule da war doch gar nicht mal so schlecht gesetzt. Was? Du bist aber ein großer Kasten. Die steckt ab. Wie voll aktiviert. Swing. Geil. Au. Bein juckt. Interessant. Bla bla. Wieder einsammeln. Ähm. Da auch noch. Echt? Das ist ja dann da halt. Bei dem Dingswald. Ja. Genau. Hm. Habe ich das auch noch gerade? Ist ja gerade Zeit. Ne? Wir haben ja das Lied erlernt. Jetzt kann ich ja mal die Dinger alle sammeln. Weil das mache ich immer so. Wenn ich dann gerade hier bin. Zum letzten Mal sozusagen. Oder fast letztes Mal. Und diese Scheiße einsammeln. Die Lieder halt. Alter. Link. Ja. Immer wenn er sich an so einem Seil hängt. Stellt er sich vorher hinter einem Kerl. Deswegen gut festhalten. Ja. Genau so ist das. Ne. Ich hole dann halt auch immer den ganzen Mist gerade mit. Das ist doch da wo ich es vergessen habe. Genau da drauf halt. Hier ungefähr. Ja. Ist ja auch logisch. Äh. Ich hatte halt ja da noch nicht den Greifhaken. Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe die beiden doch hier geholt. Das sind ja eigentlich die einzigsten. Aber. Gut. Es gibt einen neuen Weg. Stimmt. Aber ist der schon aktiviert? Muss doch. Muss doch. Muss doch. Muss doch. Muss doch. Die greifen mich auch nicht an wenn ich nichts mache. Oder? So. Sehr freundlich. Da sieht man mal. Diese ganzen Sachen. Die greifen mich. Die arbeitet zusammen. Die machen nichts wenn man ihnen nichts macht. Genau. So. Njung. Ja ja. Du mich auch. Ich will nur um das Herz fliegen. Weil ich es nicht brauche. Oh. Regt mich ruhig auf. Viel Spaß dabei. Mann. Du bist ja guldig. Ach man. Du bist ja guldig. Ja. Genau. Und links rum. Yeah. Voll die Blumen zersägt. Und schick. Und dann los. Wo ist es, Mann? Nö. Mit dir spielt ich heute. Und tschüss. Hopp. Die immer diese Geräusche. Ich weiß nicht, ob es ihn befriedigt oder. Hopp. Hopp. Hier. Hier. Ohohoho. Ja. Jetzt war ich so abgelenkt. Genau da. Konnte ich ja nicht hin bisher. Ja, da kommt noch Trennen. Aber ich bin faul. Tada. Ich wirst so. Und. Lecker. Boah. Ganz cool. Ganz ewig. Ganz einfach. So, jetzt fehlt mir nämlich noch eins in dem Floria. Shit. Und. Durch die kleine Handbewegung, ja. Ganzes Sturz gelindert. Hätte ich es nicht gemacht. So toll, dass es mischt. Zu viele Schmetterlinge. Ich glaube, hier ist noch so ein Ding da. La 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 la. Schein herbei. Komm doch rein. Oh, hat sich gereimt. Nicht, aber. Es hat geholfen. Moin, moin, moin. Guck mal da. Du bist voll der Arsch. Den Scheiß habe ich schon über 100 Mal. Links Fabqueen. Das habe ich nicht gesagt. Ja, ja. Whatever. Oh mein Gott. Alles will einen töten. Dieser Wald ist auch scheiße noch mehr biegen. Oh mein Gott. Die stechen mich voll nieder hier. Oh. Seid ihr krank oder was? Au. Hau ab jetzt. Ihr Wichser, man. Die schwabbeln mich nicht, dummer, oder? Weil dann mach ich gerade mal so. Komm schon. Es ist weit genug. Die wissen nicht, dass ich das war. Hau ab. Ich bin gerade beschäftigt. Ruhe. Ruhe. So, die Bienen sind dann weg. Ah, ich spreche. Also sagen immer, wenn du der Vespo oder der Biene nix tust, dann sie dir nix nicht bewegen. Was ist? Die stechen auf einen Main, ey. Moin sie ihn töten. Voll böse. Ich hab ja Zeit, deswegen kann ich zu dem Seder. Einfach geradeaus. Hallo Sklobos. Aber erst im nächsten Part. Oh. Perfekt geparkt. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.